WDR mediagroup GmbH im Auftrag des Jungs Wenn du so ein bisschen in der Mitte bist, wenn du die Viro verlierst, dann kannst du sie in der Abbahn. Mitlauf, Mitlauf, Giro, Tempo! Komm raus, komm raus, Luster! Jawohl! Ja Pascal, wir kommen weiter, Pascal, Kopf umnehmen! Dinos, guter Pass, komm! Komm! Guter! Durchrichtig, ja? Geh wohl, lass dir da nicht abkommen! Komm! Und einlaufen! Weg damit! Jawohl! Gucken wir den ganz ruhig! Super! Jawohl, Dominik! Geh mal! Erster Ball! Und wieder zu stellen, die Mitte mehr zu machen! Jawohl! Geh zurück! Hättest gleich hinterher gehen sollen, aber okay, passiert! Geh jetzt! Und zum Tor ziehen! Komm mal rein! Hier, Lido! Jawohl! Ordnung halten! Wieder Ordnung! Mittelfeld! Zieh jetzt! Nikolai! Jawohl! Jetzt! Ja, war gut, Lido! War gut! Das Ball durchlaufen nächstes Mal! Was los? Hintermann! Boah, Jungs! Spiel die Bälle! Spiel die Bälle sauber! Zum Ball! Zum Ball, Philipp! Arbeiten! Arbeiten, Philipp! Arbeiten! Arbeiten, Philipp! Arbeiten! Arbeiten! Jungs! Komm, Minus! Nehmen die Bälle! Nehmen die Bälle! Jawohl! Unwichtig! Und stören! So! Nicht dribbeln! Nicht dribbeln! Fußfall! 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 Hey! Hey! Die Großen in die Mauer! Die Großen in die Mauer! Die Großen in die Mauer! So da, ey! Guck mal da! Vorab liegt! Alex! Genau! Fußfall! Jawohl! Jawohl! Wie ist das passiert? Kopf hoch! Weiter! 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 Super! Passiert! Kopf hoch! Weiter! Kommt Jungs! Weiter! Das war der Plan! Genauso! Lido! Reicht schon aus! Konzentrieren! Konzentrieren! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Na, neben! Nebel! Das ist so! Das machen wir nicht mehr! Mach mal! Schau mal! Weiter geht's jetzt! Ui! Das ist ja nüch! Der Kostler kann ja den Führmannengereien und Torstel so gut und drunnen. Zum Ball, zum Ball. Schön! Jawoll! Sauber! So geht's! Schöner Pass, Alex! Schöner Pass, Alex! Schöner Pass, Alex! Ja! Schöner Pass, Alex! Schön, Luca! Jawoll! Auf, Niklas! Ruhig, ruhig, ruhig. Jawohl. Ah, Bauversuch. Wenn es weiter geht, ist es Korn, die Köpfe hoch. Was kann so wie gesagt, ein bisschen hingehen. Und hingehen. Lido, es geht, Lido, es geht. Torwart, aufpassen. Hin, 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 okay. Widerstehen, Jungs, aufpassen, wach sein, Leben. Aufpassen, aufpassen. Schön, Alex. Telefon könnte ein Anruf sein. Pause. Randebleiben. 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 Ja, versuch von da. Halt da, nachsetzen. Zurück, zurück. Zurück, zurück. Zustell. Erster Ball. Erster Ball. Erster Ball. Karl, ist zu dicht? Ist zu dicht? Raus, da raus. Du Dilemann. Kommt der, kommt der, kommt der, kommt. Komm rein. 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 Erster Ball. Erster Ball. Erster Ball. Zu viele Fehler wieder jetzt. Schön, Leute. Druck gemacht. Kopf hoch. Weiter. Mann. Komm hoch. Zurück. Komm hoch. Zurück. Oder so. Komm. Nicht stürzen. Stehen. Mittlausend stehen. Fuß vor. Genau. Jawoll. Jawoll. Schönen Lugar. Immer zur Mitte. Guck mal, von hier kann erst mal nichts passieren. Weiter, Philipp. Liegt Ärger aus. Linie, Linie, Friedrich. Vorne. Weiter, weiter. Lass ihn auf. Weiter, Philipp. Ran, ran, ran. Komm. Hey. Geh mal hin, Luis. Alter, das ist abgemacht. Juna, steck mal die Fahne zurück. Roll mal, roll mal. Die ist abgeworfen. Geht nicht, die ist abgeworfen. Jetzt ziehst du da draußen und machst du den Neuen? Bapp, 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 bapp. Wird nicht. Du hältst die Fahne jetzt fest. Genau. Alex. Direkt vor das Tor semmeln. Alex ist direkt. Dann muss er trotzdem. Dann kannst du ja rausziehen. Ja, dann kannst du besser schießen. Das ist wichtig. Besser als wenn einfach durchlaufen hätte. Das hat er mir gesagt. Hier, Benni. Benni. Du hast gebrochen. Der ist auch ein Brot. 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 Oder? Geh mal einer noch nicht. Ne, wenn dranbleiben. Lebel. Voll auf die Treppe geflogen in der Schule. Oh, ne. Der wird heute spielen. Alter, Scheiße! Ach, genau. Ja. Komm, wir nix. Geh zurück! Die können doch wirklich, ja die brauchen, ja? Ja. Was für ein Nazi-Wesen? Ja. Rundgeldbild hat er geworfen, dass nichts gebraucht ist. Abgestochen. Es ist doch das gleiche hier. Hast du nie Glas? Schieß! Erster Ball. Erster Ball. Na versuch was wert. Na ein Rückfallzieher ist ganz schwer. So lass dir jetzt mal den Scheiß. Du musst brech die Ecke noch mal ab wegen dir. Du brauchst die Mischung, weißt du? Du deine Schutze. Ne, mach mir mit. Bitte, bitte, Pascal. Jawohl, Lino, sie geht, sie geht. Nicht stützen. Sehr gut. Schööööön. Oh, das ist gut. Schööööön. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ah, meine Reine sind. Du brauchst aber genug. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Jawohl. Weißt du das, Indius heißt, offiziell aggressiv. Schöööön. Das meinte, hier muss sprechen. Komm. Komm. Auf geht's um mit Friedrichspielen, Leute. Du hast Zeit. Jawohl, Pascal. Weiter helfen. Wir helfen, Jungs. In die Mitte rein. Schön, Angelina. Ja. Raus, komm. Ganz einfach. Warte. Warte. Ja, dann bin du ja halt. Ja, dann bin du ja halt. Leute, komm, ab, komm, ab. Pascal, mach mal. Komm, Tor. Warte. Abschluss, bitte, bitte. Weg damit. Schieß doch mal. Er kann nicht schießen. Es stehen alle vor ihm. Jawohl. Einfach mal mit dem Pickel daran halten. Zurück. Es wird doch keiner mit dir. Es geht, es geht. Du hast Zeit. Zeig an eine Seite. Nach außen aufmachen. Reicht mal. Reicht mal rechts rauf. Und wieder zustellen, Jungs. Linksfeger. Hingeh. Alex, komm, wir mal. Ja, fein bitte mal. Langsam muss ich das raus machen. Das Gefühl. Komm nicht so. Wollt ein Check, Zinner! Pascal Hörsau wünscht den Schiedsrichter. Das mach ich nachher. Schade! Zurück! In der Mitte! In der Mitte! Jawoll! Sehr schön! Jawoll! Ja! Finus! Weiter! Weiter geht's! Kommt! Pascal! Pascal! Du bist jetzt hier ruhig auf dem Platz! Kein Ton mehr! Können wir uns sicher laufen! Was soll der Scheiß, Mensch! Da waren wir voll klar hier reden! Anstatt perfekt zu schieben! Sehr schön! Schick an! Gruß vor! Was denn? Feuer! Pass auf! War richtig! War richtig! Nicht wieder was anderes machen! Ja? Ja! Du bist gar nur sprachig, oder? Alles klar? Ja! Jeder sucht die Seite! Jeder kommt gleich ran! Jeder hat einen! Ja! Hast du auch einen? Nichts! 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 Hier ist der Trainer! Du kommst nicht außen mehr! Du kannst drüber über Wien hier stehen! Ja! Ich dachte! Wir wissen ja gar nicht wo er hingehören soll! Jawoll Linus! Mitte! Erst einer! Erst einer! Erst einer! Die Meinen hier machen! Die Meinen mitmachen! Aus! Und hier! Und ab! Konstantujere dich großer! Hey! Hey! Pacht ihn noch. Wir müssen mal richtig liegen. Jawoll. Mit Linus. Linus in der Mitte rein. Oder hier. Wollcheck. Jawoll Linus. Wie fast kalt? Ja, guck mal. Weiter, weiter, weiter! Weiter! Mach aus! Ja, da war das für ein Schiedsrichterfeil. Das war so ein Ende. Die ist auf der Seite. Die wird da weg! Hey! Hey! Hört auf, Lommel! Hey, Neumich! Tolle Beine! Ja, aber Linus daneben steht uns. Ja, ist ja gut. Ist gut. Komm, weiter, Jungs! Ja, ist ja richtig. Ja, siehst du. Wir müssen auch ernsthaft bleiben. Wo ist denn? Hast du, hast du noch nicht? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Du hör doch da draußen, die Kinder nervös zu machen. Geh weg davon mit dem Schiedsrichter. Komm! Mach mal, du willst. Das wird ihm weg. Ich hab's! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Warte auf, der 9er! Warte auf, der 9er! Das muss man erst erklären jetzt! Warte auf! Warte auf, der 9er! Und weiter! Weiter geht das, Pascal! Nicht werfen! Du, 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 du wirst nicht. Busschen! Ich bin hier! Sehr schön! Linus! Linus! Nächst um hier! Nächst um hier! Nächst um hier! Du bist hier aufpassen! Komm, wenn ich du musst! Jawoll! Komm, wenn ich du musst! Jawoll! Rollzeit, hingehen! Arbeiten, Arbeiten! Nicht durch die Stürzen! Rollzeit, Rollzeit, komm! Wir kommen in einen Hof! Komm, komm, komm! Jawohl! Finn, komm! Ja, ich hab das heute, komm! Ja, ich hab das heute, komm! Alter, was ist denn? Weiterspiel, Kasiko! Jawohl, Linus! Zurück, zurück, zurück! Linus, jetzt! Ah, gut! Gut, Linus! Komm, super, komm! Komm! Oh, mein Herr, wie muss wahr sein, Friedrich! Komm, grüß dich! Oh, was ist denn? Hey! Hand drauf, ist doch gut, komm, Hand drauf! Friedrich, geht das? War keine Hauptsicht! Hand drauf, ist gut! Ich krieg dich jetzt nicht auf, komm! Der wollte den Ball spielen, Fertich! Warte hoch! Ey, Alex! Spielt wieder um euch! Halt da! Spielt wieder Fußball, wer ist los? Durchatmen! Immer lautlich hoch und durchatmen! Und weiter geht dann, ja? Komm! Ey, lass mich fahren auf! Ist die, das vor's Tor? Ist das direkt? Oh, jetzt ein Mann! Das ist die, das war faul! Bitte! Nee, mach, ey! Finn! Finn! Weg bringen! Weg bringen! Weg bringen! Und hingehen! So ist es richtig, Luca! Bitte, ich mach Ecke! Oh số! Nehmen, wir! Bein oder du? Ja, gefällt dir! Mann, Mann, Mann! Ich bin nur ganz ruhig ruhig, ruhig, atme du durch, finde ich kann dich auf den Alen holen. Und hingeh. Jawohl, Alec. Kinder, nicht zugucken! Rüben! Achtung! Aufpassen! Rolltick, komm zurück! Jawohl, Linus! Jawohl, Linus! Gut machen! Jetzt der Fuß! Schönen Zuständen! Jawohl, schön, Linus! Rüben! 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 Komm! Seid ruhig, seid ruhig! Ja, ist ja gut! Wir wissen es ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Schau! Ja, ist gut jetzt! Schau, ey! Er zieht aber vorher wie so ein Wilder! Vorher zu lang? Ja! Und dein Spieler! Achso! Ja! Ja! Ja, ist gut! Ja, ist gut! Ja, ist gut! Ja, ist gut! Ja! Warum soll ekel ich denn zusammenreißen? Das ging doch bis zu zwei, drei Entscheidungen nie! Nun, du kannst es und deine hier umspielten, bist du ganz ruhig! Und die Paulen! Hier hinten dein kleiner Pole! Der haut mit einer Tour zu! Haut wuren nach! Das du nicht! Aber wenn es hin langs geht, dann willst du ihn nur auf Ruh unternehmen! Das ist scheiße! Kannst du bitte mal lassen mit dein kleiner Pole? Das ist hier nicht mein kleiner Pole! Der ist mein Spieler! Der ist der Boote, der ist mein Spieler! Der ist der Boote, der ist mein Spieler! Aber der ist aber Pole! Ja, nach unten ist aber mein Spieler! Ja! Was passt weiter genug? Das siehst du nicht! Sven ist gut! Lass ihn! Was heißt ihr euch? Lass ihn! Lass ihn! Wow! Fertig! Baller, baller! Fertig! Hey, hey, hey! Wir sind auch da! Fertig! 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 Ruhig! Nehmen! Und ab! Fertig! 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 Luis, hier ist Ruhe auf dem Platz! Aufpassen! Jawohl, Wolte! Spiel! Du kommst da nicht durch! Langsam, Wolte! Mach die Linie! Hey, Leute, komm mal her, Leute, komm mal her, Freistoß geht da lang, Leute, hör auf uns nachzudenken, das machst du die ganze Zeit. Mach nicht gleich, Leute, Leute, hallo, zurück, hey, 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 hey Was ist denn los? Hier sollt's runter vom Platz werden. Was ist hier heute los? Schnell! Schnell! Abschluss! Fuß vor! Jawohl, Pascal! Und wieder stellen! Pascal vorne rein! Kommt Kasekow noch mal weiter! Körper! Leute, komm! Wer nimmt die jetzt? Leute, komm! Reiß dich zusammen! Komm! Aufführen! Schlafen! Jawohl, Linus! Jawohl, Linus! Wir haben ihn! Jetzt nicht verlieren! Rüber, rüber, rüber! Erster Ball! Erster Ball, Femi! Nehme die Mitte wieder! Nicht stürzen! Nicht stürzen! Jawohl! Leute, weg! Rotat! Bleib ruhig! Bleib ruhig! Nicolai, du entspann dich mal ein bisschen! Bleib ruhig! Bleib ruhig! Fussball! Leben! Mann! Hin, hin, Philipp! Hin! Hitler! Leben, lauf durch! Weiter! Einer, einer! Linie! Ja, das geht! Kommt! Stimme nicht! Stell dich wieder! Geh wieder rein! Linus muss raus! Kommt durch, Philipp! Im Leben, ey! Ihr sind... Entfehlend! Bring diesen Druck da raus! Geh mal rein! Geh mal rein! Weiter! Mach gut! Weiter! Mach gut! Guck mal, dass den Kram will! Schau mal rein! Guck mal rein! Schau mal rein! Na, schau dich! Halt! Warte! Lass ihn ner Digga lebe! Warte! Lass ihn ner Digga lebe! Warte! Du hast ihn... Mach! Jetzt sehen wir an! Jawoll, war ein Versuch. Jawoll, schön, Alex. Wenn nicht mal einer da vernünftig klärt, ey. Sieben Minuten. Aufs Tor bringen geht's mal, komm. Jawoll. 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 Fünf Minuten nach meiner Uhr. 35 Minuten spielen die doch, oder? Ja, ja. Ah. Jawohl, du meint dich, Pascal. Jawohl, liebe, ist gut so. Pascal, Pascal, Pascal. 30 spielen, was ich hier. 30. Nikolaj, Mitte, Niklas, Neun. Ich komme auch wieder 35. Ja, ich würde auch sagen 35. Bei 30 Minuten spielen sie bei ja eh. Komm, lieber, komm, zurück. Komm, lieber, raus. Dominik, dich das... Komm, durch. Zieh durch jetzt. Komm, liebe. Sehr gut. Geh dran jetzt. Super. Prima. Jawohl. Langsam. Leben, wo willst du hin? Alle Anheben und Kopf dabei. Komm, das war sauber. Ich bin arm. Arm. Stören, stören, Jungs. Stören. Schieß. Mann, Hand. Mann, das war Hand im Strafraum. Das würde ich auch sagen. Wir wechseln noch. Durchatmen. Nicht stürzen, nicht stürzen, nicht stürzen. Hack ihn noch mal um. Noch mal. Noch mal, Pascal. Voll check. Fuß auf. Ja, noch mal. Ja, voll. Gut, Friedrich, weiter, komm. Ja, abblaschen. Bitte, Rini. Ja. Ne.